Heute erzähle ich dir, warum ich keinen Selleriesaft mehr trinke, obwohl Anthony William, der sogenannte Medical Medium, das empfiehlt. Ich habe von Anthony William sehr viel gelernt, ich habe wundervolle Tipps mitgenommen und lasse mich auch weiterhin von ihm inspirieren, weil er macht wirklich eine tolle Arbeit und es geht mir auch nicht darum, Anthony William zu kritisieren. Ich freue mich über jeden Menschen, vor allen Dingen chronisch Kranke, die mithilfe von Anthony Williams geheilt wurden, die Verbesserungen merken, der macht wirklich ganz tolle Arbeit. Und gleichzeitig finde ich es auch ganz wichtig, mit dir authentisch und offen zu sein und dir meine Erfahrungen zu berichten, was Selleriesaft mit meinem Körper gemacht hat und warum ich wirklich aufhören musste, diesen zu trinken. Ich kriege bei Instagram dazu auch immer noch ganz viele Fragen und deswegen heute die komplette Story gebundelt in diesem Video. Ich habe angefangen mit dem Selleriesaft schon vor Jahren, als wir immer noch nach L.A. gereist sind und meine Freunde in L.A. die kannten den oder kennen Anthony William auch persönlich und die haben alle Selleriesaft jeden Morgen getrunken. Und da habe ich so gedacht, ich habe mich einfach inspirieren lassen. Damals aus Amerika ist auch dieser Trend dann hier rüber geschwappt und dachte ich, ich probiere das auch mal und ich trinke Selleriesaft jeden Tag. Denn meine Freunde hatten auch wie ich Probleme mit der Verdauung. Die sind jetzt nicht chronisch krank gewesen, weil die hatten keinen chronischen Reizdarm oder einen zu langen Dickdarm. Aber sie hatten immer so Probleme damit, also sie haben immer so zur Verstopfung geneigt. Und dann habe ich gedacht, oh, das Problem habe ich auch, ich probiere das mal. Und anfangs ging es mir damit richtig gut, weil meine Verdauung ist dadurch auch gut in Gang gekommen. Ich konnte jeden Tag gut auf die Toilette gehen, habe mich leicht und beschwingt gefühlt. Mir hat dieser Selleriesaft auch geschmeckt und ich habe auch so gemerkt, dass es die ganzen Mineralien, die in dem Selleriesaft drin sind, dass mir die richtig gut tun. Ich habe das immer morgens getrunken als erstes auf nüchternen Magen und dann so eine halbe Stunde, Stunde gewartet. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, dann war es nicht so leicht, Selleriesaft zu finden und ich bin so ein bisschen aus der Routine rausgekommen. Und dann habe ich aber wieder angefangen, weil ich dachte, hey, komm, mach es nochmal, probierst du. Und dann habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht, also über ein Jahr lang habe ich diesen Selleriesaft regelmäßig jeden Tag getrunken. Und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass wir in Urlaub gefahren sind und ich dann dachte, hey, komm, du schleppst jetzt den Insaft da nicht mit und machst jetzt einfach mal eine Pause vom Selleriesaft, weil dieser Selleriesaft war für mich so ein bisschen heilig und ich dachte, ohne diesen Selleriesaft könnte ich gar nicht auf die Toilette gehen. Dabei musst du wissen, dass ich aber schon durch diesen Selleriesaft auch, ich konnte auf Toilette gehen und auch richtig gut, aber schon zu gut, um das mal so auszudrücken. Und dann sind wir, wie gesagt, in Urlaub gefahren und ich habe den Selleriesaft weggelassen und ich habe gemerkt, dass ich mich eigentlich so ein bisschen erholt habe. Weil durch diese ständigen Durchfälle, die ich durch den Selleriesaft bekommen habe, waren auch sehr viele Nährstoffe, denke ich mal, so mit rausgespült worden. Und ich habe angefangen, mich gar nicht mehr so richtig energetisiert und stark und voller Power gefühlt, wie ich es sonst immer habe, wenn ich mich rohköstlich ernähre. Und habe dann nach diesem Urlaub trotzdem aber gedacht, gehst du jetzt wieder zurück zu dem Selleriesaft oder aber nicht. Dann habe ich aber nach dem Urlaub trotzdem nochmal mir ein Riesenpaket Selleriesaft bestellt, weil ich dachte, hey, der ist ja auch so gut und Anthony sagt ja auch immer und macht und zeigt, wie das alles heilt und mit der Haut und wofür es gut ist. Und er schreibt ja auch darüber, dass bei manchen das so ist, dass sie Durchfälle davon bekommen. Aber irgendwann war ich einfach an dem Punkt, dass ich gesagt habe, bis hierher und nicht weiter. Also ich habe dann auch mehr Nahrungsergänzungsmittel genommen, um eben eventuelle Mängel auch aufzufüllen. Ich habe dann auch angefangen, wieder ein bisschen mehr Salz zu essen. Aber letztendlich bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, vielleicht ist es wirklich der Selleriesaft, der mir nicht gut tut. Und habe dann aufgehört und pausiert und ich habe gemerkt, wie ich Schritt für Schritt meine Kraft wieder zurückgewonnen habe. Dass ich gemerkt habe, dass ich viel mehr Energie wieder hatte und auch nach und nach wieder die relativ vielen Nahrungsergänzungsmittel, die ich dann zu dem Zeitpunkt schon genommen habe, wieder runterschrauben konnte. Allerdings war meine Verdauung nach wie vor nicht mehr gut und es war dann auch so weit, dass ich eben ja richtige Probleme bekommen habe mit meiner Darmflora. Also ich hatte wirklich richtig unangenehm riechende Blähungen. Das habe ich ja auch bei Instagram geteilt und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, hey Marie, du musst jetzt doch mal zum Arzt es untersuchen lassen. Und dabei ist herausgekommen, dass meine Darmflora eben total außer Balance ist. Ich habe mittlerweile angefangen habe, eine Probiotikakur zu machen und da nach dieser Kur oder jetzt merke ich so Schritt für Schritt, dass meine Verdauung endlich wieder gut ist und auch meine Darmflora in Balance gekommen ist. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mit dem Selleriesaft nicht wieder anfangen werde. Das heißt nicht, dass ich nie wieder Selleriesaft trinke. Im Mahl kaufe ich mir schon noch Sellerie zu meinen Saften, aber ich trinke jetzt lieber jeden Morgen variierte, frische, grüne Säfte, auch mit Möhre oder Rote Beete, angepasst auch an die Jahreszeiten und ich merke, dass es mir damit wesentlich besser geht. Ich freue mich über jeden, der durch die Tipps von Anthony Gesundheitsvorteile hat, der davon profitiert, dem es besser geht. Für mich war der Selleriesaft nicht stimmig und hat meinem Körper auf lange Sicht gesehen nicht gut getan und deswegen habe ich damit aufgehört. Wenn du sehen möchtest, wie ich mich täglich ernähre, dann komm gerne bei Instagram vorbei. Da zeige ich auch gerne, was ich so an einem Tag esse, wie meine Säfte aussehen und ich freue mich immer, dich dort zu sehen.